Jo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Dragon Ball Xenoverse und im heutigen Part machen wir natürlich die Story weiter, wie im letzten Part angekündigt. Okay, gut gemacht, alles okay, die Schriftrollen sind okay und alles ist gut, aber mir kommt das viel zurück vor, das ist verdächtig. Ich seh mal in der Zeitkammer nach, kommst du mit? Da komm ich mit. Danke, dann gehen wir. Dann schauen wir uns mal um. Im Moment ist es, dass keine Veränderung zur Veränderung von der Vergangenheit sind. Ich habe keine Angst zu sehen, ob ich diese Veränderung auf dem necesita, wie das? Keine Ahnung. Ich habe gesagt, warum nicht das bei mir ein paar Veränderungen in der Zeit artists. Ich habe gesagt, wir haben von mir gesagt, dass es mir ein Willes gut von 7500 Millionen Jahren ist. Aber ich habe diese Chance für Sie, die Veränderung auf sich verzeichnet. Das ist ein Schuss. Ich werde es nicht verletzen. 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 Das ist das, was ich? Oh! 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 Oh, Tomigura! Wie viele Zeitungen sind sie in die Zeit? Oh? Oh? Das ist eine solche Zeitung? Ah... Das ist ein Glück, das ist ein Glück. Also, das ist... Die Verkait-Sinn! Die Verkait-Sinn-Virus haben sich im Leben die Welt aufgewertet. Die Verkait-Sinn-Virus? Die Verkait-Sinn-Virus? Die Verkait-Sinn-Virus ist so ein sehr starkes. Die Verkait-Sinn-Virus! Die Verkait-Sinn-Virus! ... Das ist ein Glück, das ist schon durch. Schauen wir uns so richtig. Aber ... ... ... ... ... Wenn du so etwas gemacht hast, dann... Was sagen Sie? Ich werde jetzt... ...eine... 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 ...w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w! Hoffentlich! Oder er macht uns platt! Fifty-fifty Chance! Los geht's, God! Warte, Atlanx! Warte, 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 W Bis zum nächsten Mal. Ja, ne? Ich kann das alles essen. Gehe! 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 Das war ein Gericht. Vils, bitte. Ah, danke. Danke. Na, schnell. Oh. Sorry. Gowten hat sich nicht so gut gemacht. Hä? Trunks hat sich schon wieder anstrengen. Aber wie war das jetzt? Was ist das? Was ist das? Verrückt! Bill, das ist das... so einen guten und trunks haben den wütend gemacht ok dann legen wir uns mit bilds an er macht tatsächlich gar nicht so wenig schaden ganz positiv überrascht so dann verploppen wir das kann dir kein pudding geben ich hab nämlich keinen ja klar bin ich selbst sicher werde ich auch platt machen meine wie gesagt wir machen echt gut schaden an ihm ja 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 Das ist gar nicht passiert hier. Wir kämpfen gerade. Er kann wohl immer gar nicht geschlagen haben. Das ist gar nicht passiert hier. Okay. Pokazan, dann hätte ich schon nicht mehr mitgemacht. Da ist der Boy. Ja. Da war Pratenruckler. Oh, wollte ich ihn unterbrechen. Angenehm. Und da haben wir es. Hm. War gar nicht so schwer. Ich habe mehr Schaden gemacht als gedacht. Ich würde sagen, eins machen wir noch. Ja. Die Migras Plan und Bild reduziere die EP des Gottes zur Zerstörung auf ein bestimmtes Maß. Die Migra hat irgendeinen Plan. Und das hat mit dem Gott der Zerstörung zu tun. Hm. Wird doch vorsichtig sein. Ich weiß. Er wird wahrscheinlich gleich Bild übernehmen, soweit ich das einschätzen kann. Ja. Ja. Ich weiß nicht, aber ich bin froh. Ich bin froh. Aber ich bin froh. 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 Ja. Ja. Das, 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 da hat er wirklich auch meinen Respekt der WG da. Ich meine, er hat halt wirklich sein Stolz aufgegeben, um die zu retten. Hm. Ja, Leute. Ich würde sagen, was war es denn noch von dem Part hier? Ich habe ein bisschen Story gemacht. Ich finde, das ist okay so. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn da, lasst doch einfach eine positive Bewertung da und vielleicht auch ein Abo. Dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.